Sie waren noch nie an Bord eines Kreuzfahrtschiffes? Hier erwartet Sie ein ganz besonderer Urlaub. Erkunden Sie die Welt, während an Bord für all Ihre Bedürfnisse gesorgt ist. Kein Wunder, dass Kreuzfahrten immer beliebter werden. Wir haben mittlerweile einen fast 200 Seiten dicken Kreuzfahrtenkatalog und MSC gehört mit Abstand zu unserem wichtigsten Partner. Das hat seinen Grund und seine Berechtigung. Denn MSC hat es wirklich geschafft, ein ganz, ganz tolles Produkt auf dem Markt zu etablieren in Deutschland. Und wir sind sehr stolz darauf, mit MSC einen tollen Partner zu haben. Rund ums Mittelmeer, die Nord- und Ostsee, das sind die Ziele der MSC-Schiffe. Mit Hörmannreisen können Sie fast wöchentlich ab Augsburg zu einem der Schiffe abreisen. Natürlich im bequemen Fünf-Sterne-Bus. Wir fahren direkt zum Hafen ohne irgendeine Zwischenübernachtung, kommen dort meistens um die Mittagszeit rum an. Auf dem Weg dorthin werden Sie natürlich begleitet von unserem Reiseleiter, der mit Ihnen aufs Schiff geht, serviert Ihnen bei der Ahnreise ein tolles Frühstück im Bus, hat noch einen tollen Service, also auch die Ahnreise ist höchst komfortabel. An Bord erwartet die Gäste dann ein Urlaub der Extraklasse. Von Wellnessbehandlungen über Freizeitaktivitäten und Theatershows bis hin zu zahlreichen Spezialitätenrestaurants ist für jeden etwas dabei. Neben Reisen außerhalb der Ferien bietet Hörmannreisen auch viele Termine in den Ferien mit Kinderfestpreisen an. Außerdem im Preis enthalten das Premium All-Inklusiv-Getränkepaket. Bei unseren Reisen ist das höchste an Getränkepaketen dabei, was MSC anbietet. Es gibt auch verschiedene Getränkepakete, aber das Premium All-Inklusiv ist bei all unseren Reisen mit dabei. Und das ist einfach spitzmäßig. Du musst an Bord keinen Geldbeutel mehr in die Hand nehmen. Eine Kreuzfahrt verknüpft Lifestyle mit Vielfalt und Komfort. Und das mit Hörmannreisen zu einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Für noch mehr Infos registrieren Sie sich für den Newsletter oder holen Sie sich den neuen Katalog und verwandeln somit auch Ihren nächsten Urlaub in eine unvergessliche Reise.